Jürgen Klopp ist auf jeden Fall ein Kandidat beim FC Bayern München. Genau so hat sich gestern Manuel Neuer hinsichtlich des Liverpool-Trainers geäußert. Und das ist schon wirklich sehr, sehr deutlich vom Bayern-Kapitän. Aber ist das so? Ist Jürgen Klopp jetzt eine Art Schattentrainer von Thomas Tuchel? Zudem könnte wohl die Attacke von Union-Trainer Bielicca wohl jetzt doch noch weitere Folgen zu fühlen haben. Es droht sogar eine Entlassung. Es gibt aktuell massive Kritik am Union-Trainer. Was passiert da gerade aktuell bei Union Berlin? Und wir sprechen auch über Edin Terzic, denn der hat sich jetzt in Richtung Gio Reyna geäußert und auch über seine Zukunft geäußert. Alles dazu und mehr gleich hier im Video. Vorab, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Jürgen Klopp ist ein Kandidat, wenn es um die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel geht. Genau so äußerte sich Manuel Neuer gestern auf einem Fanclub-Besuch. Denn nachdem er jetzt Jürgen Klopp ganz überraschend seinen Rücktritt ab Sommer erklärt hat, darüber habe ich auf meiner Internetseite www.bole-insight.de oder auf dem Zweitkanal Yoda Insight berichtet, da ist jetzt eins klar. Jürgen Klopp ist ein absoluter Top-Trainer jetzt ohne neuen Verein. Zwar möchte er mindestens mal ein Jahr Pause machen, aber wir kennen Jürgen Klopp. Er hatte dasselbe auch schon nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund gesagt. Vier Monate später saß er bei Liverpool auf der Bank. Aber eins ist klar, mit einem absoluten Top-Trainer, der deutsch ist, gibt es jetzt immer eine Alternative für große Vereine wie beispielsweise den FC Bayern München. Er ist damit definitiv ein Schattentrainer von Thomas Tuchel. Denn wenn es bei den Bayern nicht läuft, dann könnte das Thema Jürgen Klopp wieder sofort heiß werden. Auch verrückterweise hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der Vergangenheit mehrfach das Thema Klopp an dieselben Straße gebracht. Denn man wollte ihn tatsächlich in 2008 sehr, sehr gerne verpflichten. Man hätte sich vorstellen können, dass man bei den Bayern ihn holt, weil er ihn auch damals schon für einen überragenden Trainer gehalten hat. Und so sieht es anscheinend auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Denn aus seiner Sicht, da hat wohl Klopp alles, was man für den FC Bayern München braucht. Er sagte, er ist ein renommierter, sehr guter, erfahrener, taktisch vervifter Trainer, der bei allen Fußballern und Sportlern großen Respekt gewinnt. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte. Und das, muss man einfach mal so sagen, ist auch so. Und ich glaube auch gerade für Jürgen Klopp, wenn er nochmal nicht als Nationaltrainer, sondern auf Klub-Ebene arbeiten möchte, dann kann es eigentlich nur Real Madrid oder der FC Bayern München sein. Entweder Deutschland oder Spanien. Denn in England, da hat er das Ganze schon alles durchgespielt. Da hat er auch gesagt, dort wird es keinen anderen Klub mehr für ihn geben als den FC Liverpool. Und damit muss man einfach sagen, hat der FC Bayern München jetzt eine Daueralternative zu Thomas Tuchel. Und das wird auch den Trainer unter Druck setzen. Und auch, dass sich Manuel Neuer hier so offen äußert, dürfte wohl gerade auch bei Tuchel nicht so gut angekommen sein. Klar, er hat jetzt nur von irgendwann gesprochen. Er könnte irgendwann mal beim FC Bayern München arbeiten. Er bringt viel mit. Aber dennoch wird hier natürlich auch öffentlich über eine potenzielle Nachfolge von Thomas Tuchel gesprochen. Und es würde ja auch im Endeffekt gut passen. Tuchel hat noch einen Vertrag bis 2025. 2025. Jürgen Klopp möchte 2025 wieder einen neuen Job annehmen. Er möchte eine Pause machen. Das könnte quasi eigentlich perfekt laufen. Die Bayern könnten den Vertrag ganz normal auslaufen lassen. Sagen, ja, schöne Zusammenarbeit, war alles gut. Aber wir möchten jetzt einfach einen neuen Weg einschlagen mit Jürgen Klopp. Das wäre schon ein echter Hammer. Wie steht ihr zum ganzen Thema? Fraglich ist natürlich auch hier, ist das überhaupt ein Klub, wo Jürgen Klopp hin möchte? Er ist Ex-Borussia-Trainer. Vielleicht sagt er auch, nee, das kann ich Borussia Dortmund nicht anzuholen. Was natürlich auch einer seiner Herzensklubs ist. Könnte ich auch nachvollziehen, wenn er das nicht tun würde. Fände ich als Dortmund-Ferr natürlich irgendwie auch gut. Aber trotzdem gibt es natürlich die Option. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jürgen Klopp, er hat jetzt eigentlich alles schon durchgespielt auf Klub-Ebene. Ich glaube, er macht danach nochmal ganz entspannt den Job als internationaler Trainer. Da hat er trotzdem noch mehr Zeit für seine Familie, für seine Ulla. Und ich denke, das sollte dann auch reichen. Wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir zum nächsten Trainerhammer. Könnte es bei Union Berlin jetzt ganz schnell dienen? Könnte Bielicca tatsächlich jetzt rausgeworfen werden? Denn genau das wird jetzt berichtet. Und das soll tatsächlich eine direkte Folge, wenn dann wohl auf, ja ich sage mal, die ganze Aktion mit Leroy Sané sein. Denn Union-Manager Runert, der hat ein ganz klares Geständnis zum Trainer vermieden. Er musste jetzt ja drei Spiele auf die Tribüne. Er wurde für drei Spiele gesperrt, weil er Leroy Sané zweimal ins Gesicht gegriffen hatte. Eine unsportliche Aktion begangen hat, zu dem 25.000 Euro Strafe zahlen. Und jetzt hat die Bild tatsächlich erstmal aufgeworfen, dass möglicherweise tatsächlich, dass alles schon zu spät sein könnte und Bielicca jetzt schon entlassen werden könnte. Denn Union-Manager Oliver Runert, er sagte, wir sind sehr unglücklich mit der Aktion und in keinster Weise einverstanden. Er stellte sich auch nicht hinter den Trainer oder sonst irgendwas. Und es läuft anscheinend unter dem aktuellen Assistenztrainer Daniel Jumic auch gar nicht so verkehrt, denn am Wochenende konnte man ja mit 1 zu 0 gewinnen. Und der Kicker, die haben heute Morgen nochmal einen ganz interessanten Bericht dazu rausgehauen. Denn es wäre wohl auch innerhalb des Teams so ein bisschen, ja, schwierig mit dem Trainer. Einige Spieler seien mit der Arbeitsweise, mit dem Umgangston des Cheftrainers nicht einverstanden. Und man würde auch ergebnistechnisch jetzt nicht so wirklich was sehen. Und beziehungsweise sieht man einfach eine spielerische Entwicklung oder einen Ansatz von einer Spielidee. Die sieht man aktuell wohl nicht. Die Folge von dem Ganzen hier ist erstmal offen. Eigentlich ist Union Berlin eine Mannschaft, sie wollen einen langfristigen Trainer finden. Aber anscheinend ist vielleicht Berleccia ein Fehlgriff gewesen. Man weiß es nicht. Der ist gerade mal zwei Monate im Amt und jetzt könnte schon eine Entlassung drohen. Das Union aus ist eine konkrete Folge, die wirklich passieren könnte. Wie steht ihr zum ganzen Thema? Und damit kommen wir zum letzten Thema des Videos. Und das soll eine Aussage von Terzic in Richtung der Zukunft von Gio Reyna sein. Ja, Gio Reyna. Er sollte eigentlich vielleicht schon gar nicht mehr bei Borussia Dortmund sein. Vielleicht sollte er schon verkauft werden. Und jetzt hat sich auch mal der Cheftrainer von Dortmund, Edin Terzic, in diese Richtung geäußert. Was ist da der aktuelle Stand? Grundsätzlich hat er sich bei der Saison auch über das gestrige Spiel gegen Bochum geäußert. Man hat mit 3 zu 1 gewonnen. Dreierpack Füllkrug. Und er muss sagen, an sich ist er mit dem Ergebnis zufrieden. Aber er hat gar nicht das Spiel so gut gesehen. Es war kein perfektes Spiel, kein überragendes Spiel. Und man konnte jetzt aber definitiv durch den Sieg natürlich einen Schritt nach vorne machen. Und jetzt ging es natürlich auch um Gio Reyna. Es könnte ein Abschiedsspiel gewesen sein. Mit Real Sociedad, Olympique Marseille und Notre Dame Horace hat man gleich 3 Klubs, die wohl extrem an ihm interessiert sind. Er kam gestern wieder in der 66. Minute in die Partie für Jusufa Moukoku. Und Terzic, er sagte, Gio ist ein toller Spieler. Natürlich ist er nicht zufrieden, wenn er nicht spielt. Heute hat man gesehen, dass er das Spiel nach seiner Einwechslung nochmal richtig gut beeinflussen konnte. Er war sehr ballsicher und konnte ein paar richtig tolle Sachen rausspielen. Bei der einen oder anderen Aktion hatte er dann ein bisschen Pech im Abschluss. Also eigentlich ziemlich lobende Worte hier von Edin Terzic für seinen Schützling. Aber die Zukunft ist weiter offen. Wie gesagt, er kam wieder nur in der 66. Minute rein. Und das zeigt ja wieder mal schon, dass er natürlich bei Borussia Dortmund nicht die große Spielzeit bekommen wird. Man ist auf den Flügeln gut besetzt. Wenn Julian Brand und Marco Reus heute fit gewesen wären, hätte es sein können, dass er gar nicht gespielt hätte. Denke ich mal zumindest. Und meiner Meinung nach wäre es auch besser, wenn man den Spieler verleihen könnte bis zum Sommer. Aber ohne Kaufoption. Ich fände es besser, wenn man ihn danach vielleicht wieder zurückholt. Danach ist Jadon Sancho nicht mehr da. Ein Marco Reus, die Zukunft ist ungewiss. Meiner Meinung nach würde es viel Sinn machen, den Spieler nicht fest abzugeben. Aber wer bin ich schon, dass ich mich da in die Transferverhandlungen von Borussia Dortmund mit reinhänge. Wie steht ihr zum ganzen Thema? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war es von mir. Bis dann Leute. Ciao.